Aber man kann sicher auch Definitivon schon irgendwie herausssss Also wir nehmen Definitivon mal Errman Wollen wir jetzt Ballermann Und vielleicht oder irgendein Irgendwie immer Ah vielleicht Cap Jaa Cap wir auch letztlich Also diese klassischen Ah jetzt Jetzt dürfen wir mal aussuchen oder was Reden wir mal mit ihr ne Okay da kann man einfach nur ein bisschen quatschen Also jetzt da hat wirklich was wow mäßiges Das ist wahrscheinlich Weil wir in this mess in der ersten Obwohl Your sudden Rival hat absolut nichts mit 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 sin bei Ja, zeig mal her, was hast denn du da? Das ist schon was Feiles. Ja, 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 das ist das Leber. Oh mein Gott, das Leber ist sowas von fix. Kräfte, schauen wir mal seine Kräfte an. Aha, okay, KP. So wie sind Bombenstimmen, Katana, Rumba. Aber, ja, nehmen wir mal einfach mal Rang erhöhen, da hat er definitiv da ein bisschen mehr da am Stahl. Ah, okay, also wenn das mal nix kostet und der hat das Ganze, dann würde ich das fixen müssen. Kann man dann halt zufällig gleich nahe, okay, dann muss man nicht mehr was Neiche draufdrücken. Wenn ich hätte mir vielleicht gedacht, dass man da vielleicht auch so glücklich so drauf hingehen kann zur nächsten Fähigkeit. Aber da muss man halt jedes Mal extra drücken. So, jetzt so. Ja, ist jetzt so, stören tut es mich da jetzt eigentlich auch nicht wirklich. So, Bär, du magst erklären, wir erhöhen auf die Schilligte, so das Ganze. Also, ich werde, ja, Spider-Man, ja, ich werde definitiv bei Spider-Man da eher jetzt sogar, also wenn es möglich wäre. Ja, ja, also der hat sowieso, der hat es bei mir sowieso verdient, weil ich werde den wahrscheinlich ein bisschen am meisten spielen. Ähm, finde ich jetzt aber nur ein bisschen interessant. Oder muss ich da jetzt extra wieder drauf? Ah, okay, dann muss man da wieder extra so draufdrücken und so das Ganze. Kraft ausrüsten, Kraft ausrüsten, finde ich auch interessant. Ah, da wird es, ah, da wird es dann eh definitiv auch mehr geben. Ja, dies ist dann gut, dies ist dann wirklich gut. Ja, dann tun wir da einfach gleich mal den Rang erhöhen. Perfekt, ich nehme mal auch an, dass man da vielleicht bei den anderen auch schon wenigstens eine Kraft erhöhen kann. Ich, sorry Leute, ich muss bitte ein bisschen einspielen mit den ganzen Herumgedrücker mit A und B und Y. Das ist so zarr, Alter, wieso machen sie das nicht einfach auf Chilix, so wie bei allen anderen, naja, sie müssen natürlich anders, dass wir anders sein. So, perfekt, Iron Man ist auch ein bisschen stärker, let's go. Okay, entscheidend können wir da dreimal unsere Leihung daheim, Labor, was ist denn da, was ging da ab? Die Allianzstärken, aha. Ah, okay, wir haben in dem Fall Stärkungspunkte 128, wow, Vitalität, das ist geil. Können, Resistenz, schaut jetzt eigentlich nicht noch viel aus, wenn ich das so sagen, die ihr versucht, ja, tun wir mal die Stärke erhöhen. Die Vitalität tun wir auch gerne mal erhöhen, wieso nicht? Kann man mehr auf Vitalität, ja, ja, würde ich schon sagen, dass wir da mehr auf Vitalität gehen sollten, vielleicht. Ja, da nehmen wir sie das, dann nehmen wir sie das auch noch, nicht, dass unsere Leihung da ständig krepieren, das wollen wir ja auch nicht. So, Koop, System, ja, dann hätte ich gesagt, let's go mit uns am Team. Schade, das ist ja nur, ja, so ein Kostüm, das ist ja ein bisschen schade. Muss man da halten? Ja, da muss man halten, da muss man halten. Aha, okay, da schwingt er sie wieder mal. Ah, in der Luft, das ist geil. Macht er wenigstens die normalen Schläge, das ist schon mal gut, so. Oh, super. Äh, was ist das jetzt? Äh, äh, ähm, bist du auf seltsame Risse stoßen? Ich finde, diese werden dir zu in unserer anderen Dimension. Ah, okay, Belongen für neben, äh, okay, oh, geil. Ja, 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 Level 7, ja, das werden wir doch hinbekommen, oder? Ja, na, äh, wir sind jetzt gespannt, aber du kannst dann Missionsende zum... Oh, ja, okay, ja, das ist jetzt... Ja, probiert, machen wir dann halt einmal den Rister. Nicht gespannt. Also, sie müssen jetzt unbedingt beim Ladebildschirm die drei hervorheben, aber wenn das unbedingt zu sein soll... Boah. Aha, okay, das Fliegen ist Energiekosten, interessant. Okay, jetzt schießt du da die ganze Zeit noch wahrscheinlich auf die ganzen... Ja, 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 das ist geil. Das ist geil. Oh, wie der kann man richtig geil spielen. Wow, irgendwie. Das ist recht, wenn man so ein bisschen in der Luft ist und so das Ganze. Das ist ein... Natürlich, okay, ich merke es, Gott, ja, wirklich, Gott, wirklich, Schaden. Wir machen fast gar kein Schaden. Ja, immerhin, mit den Spezialattacken machen wir schauen, immerhin. Also, da machen wir definitiv einen Schaden, aber sonst... Sonst haben wir die Erksen, Muschies, Alter. Oh, da sollte ich dann lieber den Söldner mit der großen Klappe spielen. Definitiv. Das ist auch geil, mit dem zu spielen. So, jetzt schauen wir mal, seine erste. Okay. Okay, das war aber jetzt. So. Alter, er mag das doch zusätzlich. Scheiße, Alter. Ah, das mag das so Teleportation. Oh, das ist geil. Das ist geil. Da macht er Exen zu Teleportation. Was ist bei dem? Wow, geht das schierster? Ah, da lassen wir nur die ganzen Granaten da fallen. Super. Oh, fein. Feines Ding, feines Ding. Das ist wirklich was auch. Perfekt, Alter. Perfekt, sehr fick, sehr fick, sehr fick, oder? Also, da muss man schon sagen, also, du kannst da in dem Fall, hüppig, oder? Ich warte ja nur drauf, bis wir da vielleicht auch noch unsere Spezialattacken da so ausnutzen können. So, wollen wir mal beim anderen, wollen wir mal beim anderen. Okay, Laser ist schon mal am Start. Ist schon, okay, da macht er halt von weit mit den Laser, oder was? Ah, da kämpft er mit den Laser. Okay, und so greift er einfach ganz normal an. Ist schon mal klar, ist eh klar. Müssen wir natürlich gleich mal den Laser dazu machen. Ideal. Ist jetzt alles mit Warwin. Okay, da macht er mit den Krallen dann. Ah, okay, da macht er dann von weit oder so was. Das. So, jetzt, jetzt gibt's Wicherei. Jetzt gibt's Wicherei. Okay, was ist das? Hahaha. Nicht schlecht. Ist das Spezialattacke? Ah, okay. Ja, ist ja auch was Feines. Ist ja auch was Feines. So, wieder betäubt. Nicht schlecht. So, dann muss man natürlich wie das nicht spielen. Ist bei dieser Machen. Ist bei dieser Machen. Ist die Musik so richtig schwach, Alter, wenn wir da nicht mal nur so ein... Ey, dann fast nie wie ich es schaden mache. Oh, mein Warte, ich hab sie schießen und tschüss, Papa. Yes. Ah, neue Fähigkeit. Nice, für Spidey. Nachdem in der Infinity-Mission erfährst du in deiner Übersicht, wie du dich geschlagen hast. Alles klar. Ja, innerhalb von einer Minute, da müssen wir definitiv stärker sein. Das... Lass ich mich da schon ein bisschen so einreden. Ähm, Fini... Nee, du, warum warst du ruhig zurück, dann ja, du kommst auch ruhig. Ist jetzt aber nur eine gute Frage, ob man da jetzt vielleicht auch Fortsetzen gehen müssen. Ah. Ah. Und da kriegt man dann auch ein neues Kostüm und so das Ganze. Ah, für Spidey auch. Geil. Ja, da gibt's wenigstens so einiges, da gibt's wenigstens so einiges. Das ist gut. Da gibt's wenigstens gleich 8 oder 14 Misionen, das ist auch das... Da muss man auch relativ auch stark genug sicher sein. Definitiv. Da muss man definitiv stark genug sein. Erst jetzt? Erst jetzt? Alles klar. Ich weiß, was da jetzt nicht beim Fortsetzen jetzt auch wirklich fortgesetzt wird, dort wo wir halt aufgehört haben, mit dem Ries. Aber normalerweise sollte vielleicht ja noch irgendwie weiter gestiegen sein. Nuss, Paddy, Nuss, Paddy soll level 3.